06TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Das war auch wichtig, für dich war es glaube ich auch so, die 10 war schon mal eine Schwelle, an der du arbeiten wolltest, jetzt hat es geklappt, was hat es auch für dich noch mal ein bisschen gelöst? Ja, ich komme auch noch aus der Corona-Erkrankung nicht so rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe und ich hoffe, dass der zehnte Treffer mir und der Mannschaft jetzt auch noch mal einen schönen Sprung für die nächsten Spiele gibt. Was habt ihr heute besonders gut gemacht oder was habt ihr generell einfach gut gemacht, weil ihr wart einfach dominant? Ja, ich glaube, kannst du glaube ich Max fragen, ich glaube, der musste nicht einen Torschuss abwehren. Ich glaube, wieder mal unser Spiel gegen den Ball ist aktuell sehr, sehr gut und vorne machen wir auch, unsere drei Tore hätten auch vielleicht noch eins mehr oder zwei mehr machen können, aber ich glaube vor allen Dingen das Spiel gegen den Ball ist, was wir heute oder auch in den letzten Spielen uns auszeichnet. Und ihr dürft euch auf einen spannenden April freuen. Yes, auf jeden Fall. Simon Scherder, singen werde ich für dich nicht, aber auch hier herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Beschenkt hast du dich dann heute mit einem sehr arbeitsarmen Tag? Ja, vielen Dank erstmal Moritz. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen war es ein relativ entspannter Nachmittag. Ich glaube, wichtig war natürlich früh in Führung zu gehen. Das hat uns ein bisschen geholfen. Da hatten wir, glaube ich, eine kleine Phase bis zur gelb-roten Karte, wo wir nicht so griffig waren, weshalb der Gegner dann ein bisschen Übergewicht hatte, glaube ich. Ja, aber danach im Platzverweis, ja, da war es dann eher ein bisschen Ballgeschiebe anstatt Arbeit. Von daher nehmen wir den Sieg jetzt mit, aber eine richtige Herausforderung war es dann heute im Endeffekt nicht. Was habt ihr trotzdem eben gut gemacht, um Bonn gar nicht erst nochmal in irgendeiner Form aufkommen zu lassen? Ja, ich glaube, wir haben schon versucht, auch auf das dritte, vierte Tor dann zu gehen, irgendwie weiter Druck aufgebaut. Und dann mussten wir natürlich gleichzeitig in der Rechtsverteidigung, in der Absicherung gut stehen. Haben wir es eigentlich relativ gut gemacht. Also dann brannte ich jetzt auch, glaube ich, nicht viel an. Ja, nichts zu besuchen, hätten wir, glaube ich, vielleicht nochmal ein, zwei Tore mehr machen können. Aber ja, wir freuen uns jetzt heute über den Sieg, drei Punkte und dann geht es jetzt wieder weiter am Mittwoch. So kann man aber dann auch mal einen Geburtstagsabend entspannter genießen. Definitiv. Ich glaube, mit dem Sieg lässt sich so ein Abend am Samstag immer besser verbringen. Und jetzt, wenn man Geburtstag hat, natürlich noch einen Ticken besser als sonst. Schönen Abend noch. Danke. Sascha Hittmann, das war noch nicht so oft so, aber heute konntest du dir, glaube ich, viele Nerven ausnahmsweise mal sparen. Deine Jungs haben heute einfach mal souverän abgeliefert. Das kann man so sagen. Ich glaube, wir sind sehr gut reingekommen in dieses Spiel mit dem 1 zu 0. Wir hatten dann trotzdem so ein bisschen den Faden verloren, konnten den Druck nicht aufwürste halten. Der Gegner wurde ein bisschen besser, dann aber die gelb-rote Karte hat uns dann in die Karten gespielt, dann gegen zehn Mann. Und dann, glaube ich, haben wir es sehr souverän, wie du schon gesagt hast, runtergespielt. Ich hätte mir das eine oder andere Tor mehr gewünscht, mache ich ja immer. Aber jetzt bin ich auch mal mit einem 3 zu 0 sehr zufrieden und freue mich einfach auch für die Jungs. Das Spiel war auch mit Spannung erwartet. Man weiß um die Konstellation. Trotzdem liefern die Jungs heute ja mit viel Spielfreude ab und gefühlt ohne den großen Druck. Ich habe vor dem Spiel gesagt, ich wäre heute so glücklich, wenn jeder einfach so zeigt, was er kann. Und gerade die Spielfreude, die muss da sein, vor allem in unserem eigenen Publikum, für den Zuschauern. Dann war ja der Platz wirklich noch richtig gut geworden, also da könntest du kicken. Also das hat dann dazu beigetragen, dass wir heute, also ich glaube gefühlt 80, 90 Prozent Ballbesitz hatten und uns dann mit dem Sieg auch belohnt haben. Und der Sieg, damit springt ihr auf 70 Punkte. Das ist auch schon mal eine Hausnummer. Du sagst es. Das ist eine Hausnummer. Also 31 Spiele, 70 Punkte ist schon, wow, ist schon richtig gut. Weiter so. Immer weiter. Hashtag immer weiter. Danke.